Unser Starting Lineup für den heutigen Abend. Ich rufe auf den Quarterback. Jan Stecker! Unser Experte Patrick Esume! Und straight aus Las Vegas, Jakob Johnson! NFL Playoffs, let's go! Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tag des Viertelfinals in den NFL Playoffs. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Sonntag. Ihr habt euch richtig entschieden. Der von Jakob war am besten, hat Patrick gerade gesagt. Teilt uns mit, welchen Handshake ihr am geilsten fand. Hashtag RANNFL, so könnt ihr euch an der Sendung beteiligen.